Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem kleinen Aufklärungs-Informationsvideo. Und zwar habe ich gelesen in den Kommentaren jetzt unter den letzten Nostalgie-Folgen von Dark Orbit, dass ich doch bitte wieder Videos machen soll dazu und bitte weitermachen soll. Klar, kann ich auch super nachvollziehen. Ich wollte mich aber jetzt mit diesem Video auch davon, ja, wie man so schön immer sagt, distanzieren, dass ich weitermachen werde, weil es war so eine nette, kleine, niedliche Idee, die ich hatte. Aber ich habe gemerkt, das ist nicht so das, worauf ich tatsächlich Bock habe. Und wenn ich darauf halt keinen Bock habe, funktioniert es halt auch relativ schlecht bis gar nicht. Und deswegen bitte wartet nicht auf weitere Folgen von Dark Orbit Nostalgie. Es war für mich halt so ein kleines Projekt, wo ich sagen wollte, ja, ich mache es. Die vier Folgen habe ich ja gemacht und habe auch gedacht, ich mache mehr. Aber es wird halt nicht mehr geben. Nur erstmal dazu, dass ihr Bescheid wisst und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag. Bis dann.